Was ist neugeborener Lupus? Neugeborener Lupus ist eine Autoimmunerkrankung, die sich bei der Geburt oder in den ersten Lebensmonaten eines Kindes äußert. Es unterscheidet sich von systemischem Lupus erothematodes oder discoidem Lupus erothematodes, Formen der Erkrankung, die häufig Erwachsene betreffen und die sich nicht aufklären. Ein Hautausschlag ist das häufigste Anzeichen für einen neugeborenen Lupus. Die Erkrankung kann jedoch auch Leber- und Herzprobleme verursachen. Wenn eine Mutter mit ihrem Baby schwanger ist, kann sie bestimmte Antikörper, Antero oder Anti-SSA, durch die Platzen da an den sich entwickelnden Fötus abgeben. Diese Antikörper sind die Ursache für neugeborenen Lupus. Die Mutter braucht keine Form von Lupus, um Antikörper gegen ihren Fötus zu verabreichen, obwohl etwa ein Drittel der Frauen, die systemischen Lupus erothematodes haben, Antero oder Anti-SSA-Antikörper haben. Der Zustand ist extrem selten. Nicht jede Mutter gibt Antikörper gegen ihr Baby ab, und weniger als 10% der Babys, die die Antikörper erhalten, entwickeln die Erkrankung. Etwa 3% der Frauen mit systemischem Lupus bekommen Babys, die die neonatale Form der Krankheit entwickeln. Wenn ein Baby einen neugeborenen Lupus entwickelt, ist es wahrscheinlicher, dass auch zukünftige Geschwister die Erkrankung entwickeln. Ein roter Hautausschlag ist das sichtbarste Symptom für einen neugeborenen Lupus. In den meisten Fällen tritt der Ausschlag auf, wenn das Baby geboren wird. Alternativ kann der Ausschlag nach einigen Wochen bei etwa einem Viertel der Lupusfälle auftreten. Sonneneinstrahlung kann den Ausschlag verschlimmern. Es klärt sich normalerweise innerhalb weniger Monate auf, da sich der Körper des Säuglings von den Antikörpern befreit. Bei einem neugeborenen Lupus steigt die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person Lupus erothematodes entwickelt, mit zunehmendem Alter nicht. Neugeborener Lupus kann neben Hautausschlägen auch andere Probleme verursachen. Einige Säuglinge entwickeln eine Schädigung ihrer Lebern, während andere eine Thrombozytopenie entwickeln können. Wenn eine Person Thrombozytopenie hat, produziert ihr Körper nicht genügend Blutplättchen, die dem Blutgerinnsel helfen. Kleinkinder mit Thrombozytopenie können sich leicht verletzen. Wie der Ausschlag klingen auch die Leber- und Blutprobleme in der Regel innerhalb weniger Monate ab. Bei einem neugeborenen Lupus besteht ebenfalls die Gefahr, dass es zu einem angeborenen Herzblock kommt. Im Gegensatz zu anderen Symptomen klären Herzprobleme, die durch die Störung verursacht werden, nicht von selbst, da die Antikörper das Babysystem verlassen. Der Herzblock verändert den Rhythmus des Herzschlags eines Babys und muss von einem Arzt behandelt werden. In einigen Fällen benötigt der Säugling möglicherweise einen Schrittmacher, um den Block zu reparieren. Glücklicherweise sind Herzprobleme, die durch Lupus verursacht werden, noch seltener als die Krankheit selbst.